Hallo, ich bin Liri Malicci. Ich bin im vierten Lehrjahr als Polymechaniker bei der Plassum AG und heute zeige ich euch einen Einblick in meine Tätigkeiten. Kommt mit! Meine Tätigkeiten sind Drehen, Fräsen, Bohren, Erodieren und Schleifen. Ich finde das Wichtigste für den Beruf ist, handwerklich begabt zu sein, räumliches Vorstellungsvermögen zu haben und man sollte gerne Verantwortung übernehmen können. Plaston tut Teile wie zum Beispiel Industriekoffer aus Kunststoff oder technische Teile für Kaffeemaschinen zu produzieren. Speziell an Polymechaniker ist genaues Arbeiten im Tausendstellbereich, unterschiedliche Aufträge, verschiedene Maschinen, handwerkliches Arbeiten und es gibt viele Techniken, wie man zum Endprodukt kommt. Das Verhältnis zwischen mir und meinem Ausbilder ist sehr gut, da er mir überall hilft und sehr nett ist und mich über alles informiert. Wenn ihr die neugierig gemacht habt, dann bewirbt ihr jetzt für die Lehrstelle. Wir freuen uns, bis bald!